Willkommen bei Beckrennbauer, dem RSZ-Sport-Podcast, präsentiert von Nico Beck und Tilman Bauer. Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe, zu Folge 124. Mein Name ist Tilman Bauer und ihr ahnt es schon. An meiner Seite ist heute nicht der hochgeschätzte Kollege Nico Beck. Er ist im Urlaub. Es sei ihm aber gegönnt, die letzten Wochen mit der TSG Hoffenheim, die waren doch schon hart und turbulent. Deswegen, lieber Kollege, wenn du das jetzt hörst, ruh dich schön aus. Ich hoffe, du liegst gerade auf der Poolbank oder Pool-Liege und hast den Caipirinha in der Hand und genießt die Sonne. Auf Mallorca, liebe, liebe Grüße und ich mache hier weiter mit der Schwerstmalore, denn es gibt keine Pause hier bei Beckrennbauer. Dementsprechend, die Arbeit geht weiter, aber wenn ich in das Gesicht gucke von meinem heutigen Gast, dann ist das alles gar keine Arbeit, sondern eher Vorfreude. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen im Studio, David Breinlinger. Ja, hallo. Wie geht's, wie steht's? Ja, mir geht's gut. Ja, wie war der Tag bisher? Ja, ich habe am Morgen noch eine Klausur in Freiburg geschrieben, dann bin ich in den Zug gestiegen. Zug war pünktlich, ja? Ja, fast ein Zug habe ich verpasst, aber dann kam direkt ein nächster. Aber es lag nicht an der Deutschen Bahn, ja? Doch. Du darfst es ruhig aussprechen, du darfst es ruhig aussprechen. Wir reden später noch über dein Studium auch, aber zunächst habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie stelle ich dich vor, hier bei uns im Podcast sage ich, der, ja, das Urgestein des SV Unika Heidelberg, der Triathlon-Legende, ja? Oder sage ich doch vielleicht, der Heidelberg-Man-Gewinner der Herzen 2024? Ich glaube, eine Legende bin ich noch nicht, nee. Das wäre ein bisschen zu viel. Heidelberg-Man-Gewinner der Herzen? Ja, wenn man mich so nennen möchte, kann man das gerne machen, ja. Was sagst du? Was sagst du dazu? Ja, nett. Also, der Support auch nach dem Rennen war mega. Also, das hat mich mega gefreut. Und auch die Leistung hat ja gestimmt und mit der bin ich mega zufrieden. Du bist der wahre Gewinner des Heidelberg-Man 2024. Ich kann das ja sagen, auch wenn du so ein bisschen mit dem Kopf schüttelst hier jetzt heute. Wir wollen heute das ganze Drama nochmal aufarbeiten, also vielleicht Schritt für Schritt, damit wir den Leuten erstmal erklären, okay, was ist passiert und du unterbrichst mich einfach, wenn ich irgendwas Falsches erzähle, ja. Also, es war der Heidelberg-Man 2024 vor einer Woche ungefähr. Ja, schon ein bisschen länger. Fast zwei. Fast zwei, ja. Gucken wir schon. Erste Korrektur nach einem Satz. Ja, und du hast das Rennen dominiert, kann man sagen, von vorne bis hinten. Klar, beim Schwimmen warst du nicht ganz vorne mit dabei, aber dann, du bist, ich habe es mir hier aufgeschrieben, mit einer Minute und 53 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten ins Ziel gekommen. Ja. Ja, gefreut hast du dich aber nicht so richtig, dann erklär mal, was ist dann passiert im Ziel? Achso, ja, ich habe es ja schon auf der Schrecke mitbekommen, dass ich disqualifiziert wurde, aber dann wollte ich einfach das Rennen zu Ende fahren und laufen. Und ja, die letzten Meter waren schon ein bisschen hart beim Laufen, weil ich es ja wusste, dass ich eigentlich disqualifiziert bin. Und im Ziel hast du das Ganze so ein bisschen auch realisiert, ne? Als du dann auf den Boden erst mal gegangen bist, was hast du da so gedacht? Ja, ein bisschen doof gelaufen, ja. Ja, du hast so ein bisschen auf den Boden geschlagen, hast das alles nicht so wahrhaben wollen erst mal. Ja. Jetzt musst du das Ganze aber mal erklären, okay, du bist disqualifiziert worden, hast du schon eben erwähnt. Wann und wo genau? Also in der zweiten Runde beim Radfahren überrundet man dann als die hinteren Leute. Die normalen Sterblichen sozusagen. Ja, die sind ja auch dann noch später gestartet als wir. Ja, dann war da schon ordentlich was los auf der Klingenteichstraße. Ja, dann sind sie halt teilweise nebeneinander gefahren, ohne halt zu überholen. Was man ja nicht darf eigentlich, oder? Eigentlich nicht, also muss dann schon, ein deutlicher Überholvorgang muss ja schon erkenntlich sein. Und dann waren halt zwei Nebeneinander, die haben auch nicht zusammengehört, aber der Linke wollte überholen, hat es dann irgendwie nicht ganz geschafft. Und dann war noch die Rechtskurve und ja, dann war halt der Rechts schneller als der Linke. Und dann ist der Linke halt nicht wieder nach rechts rüber und dann habe ich gedacht, okay, ich muss ihn ja irgendwie überholen. Und dann bin ich einfach schnell rechts vorbeigehuscht. Vorbeigehuscht, sagst du, ja? Ja, das war auch wirklich der Einzige, den ich rechts überhole, aber man darf es ja wirklich nicht. Ja, ist das denn wirklich so? Weil im Nachhinein hieß es ja von den Kampfrichtern auch, hey, du wurdest davor schon mehrmals verwarnt. Ja, aber also das war nicht so. Also ich habe da von niemandem was gehört. Okay, dann nehmen wir uns doch mal mit, wie läuft denn das ab? Also wir stehen ja immer nur so im Zielbereich und sehen dann, wer als erstes ins Ziel kommt. Du bist auf der Strecke. Wie läuft sowas ab, wenn man verwarnt wird? In meinem Fall kam dann der Kampfrichter von hinten auf seinem Moped angefahren. Also der hat meistens noch einen Assistenten oder jemand, der das Moped fährt. Und dann hat er mir halt die rote Karte gezeigt und hat auch gesagt, er hat es mir dann auch verbal mitgeteilt, dass ich disqualifiziert bin. Das war das Ende dann, aber davor, wie würde denn, du sagst, du wurdest nicht verwarnt, aber wie würde denn eine Verwarnung ablaufen? Ja, auch so ähnlich. Er würde mir dann halt einfach sagen, du bist disqualifiziert oder ja, lass es mal oder beim nächsten Mal bist du raus. Aber er stand wohl in der Kurve nur und hat dort sein Motorrad bereitstehen und ist dann halt mir hinterher gefahren. Okay, verstehe. Und die setzen natürlich auch mehr den Fokus auf die Führenden, oder? Also hinten düsen die ja nicht mit rum, oder? Normalerweise schon, ja. Okay, gut. Was hast du dann gedacht in dem Moment, als du die rote Karte, also das war ja eine physische rote Karte, die dir gezeigt wurde, oder? Genau, ja. Also es ist wie im Fußball, ja. Ja, was hast du da gedacht? Ja. Videobeweis, oder was? Nee, keine Ahnung, doof. Aber ich mache trotzdem weiter, weil es gut läuft und ich einen guten Tag habe. Aber du weißt ja, das Ding ist gelaufen jetzt. Ja, eigentlich schon. Du sagst einfach, ich mache weiter. Also da wird doch bei mir eine Welt zusammenbrechen, schon. Ja, in der Kurve schon so eine Minute lang, aber schon so, ja, richtig doof jetzt und was soll ich jetzt machen? Aber dann habe ich gedacht, ja, mache ich ja mal weiter, weil die Leistung nimmt mir ja keiner, die ich dann vollbracht habe. Und du kannst dich ja auch sozusagen mit niemandem besprechen, ne? Also du musst das ja sozusagen mit dir selbst ausmachen. Ja, also ich habe niemanden, der neben mir herfährt. Also der Trainer ist ja ganz woanders. Ja, der kriegt das dann auch erst im Ziel mit. Ja. Wenn es blöd läuft, ja. Oder auf der Laufstrecke, wenn ich ihm zurufe, aber. Okay. Ui, 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 ui. Ja, bist du denn dann schon häufiger bei so Rennen mal verwarnt worden oder ist das was, was generell selten passiert? Kriegt man sowas mit immer oder kommt das immer mal wieder vor oder ist das schon eher was Spezielleres? Also das war jetzt eigentlich mein erstes Mal, wo ich überhaupt eine Karte bekommen habe. Also bist du kein Rüpel so, ne? Nein, normalerweise nicht. Okay. Und also ich glaube, ich habe schon mal eine Zeitsstrafe bekommen, weil mein Zeug nicht in der Box lag, in der Wechselzone. Aber das kriegt man dann auf der Penaltybox. Ja, was heißt das? Das Zeug lag nicht da. Du hast das überhaupt falsch abgelehnt. Ja, falsch abgelehnt. Also es gibt teilweise in der Bundesliga zum Beispiel, muss man seine Schwimmbrille und Badekappe in die Box legen, in eine bereitgestellte Box legen. Und wenn man es dann halt daneben wirft, dann kriegt man eine Zeitsstrafe von zehn Sekunden. Ach so, verstehe, verstehe. Da habe ich auch schon Geschichten gehört, dass du da mal vielleicht deine Badekappe verloren hättest im Wasser oder sowas bei einem Bundesliga-Rennen. Kannst du dich da noch dran erinnern? Nee, nicht wirklich. Nicht? Ja, okay, dann war es wohl nicht so schlimm. Aber mir wurden da einige Geschichten zugetragen, dass du früher vielleicht nicht ganz immer so penibel warst, wenn es um die Sachen mitbringen ging und sowas. Ach so, ja, klar. Ich bin manchmal ein bisschen besonders, man könnte es auch verpeilt nennen, ja. Ja gut, das hast du jetzt gesagt. Das wollte ich jetzt nur nicht aussprechen. Gut, dann wollen wir doch trotzdem, David, deine sportliche Leistung würdigen, ja. Du bist als erstes ins Ziel gekommen mit deutlichem Abstand. Und genau, Gregor Payet, muss man hier auch erwähnen, hat dann sozusagen als Zweiter, weil du disqualifiziert wurdest, das Rennen beim Heidelberg-Man gewonnen. Hat das dann auch erst im Zielbereich sozusagen mitgekriegt, dass er überhaupt gewonnen hat. Ja, wie lief denn das Rennen aus deiner Sicht jetzt mal, wenn man diese Disqualifikation ausklammert generell für dich? Wie würdest du das zusammenfassen? Fangen wir mal beim Schwimmen an. Ja, das Schwimmen war eigentlich ganz gut. Also ich bin ganz gut weggekommen. Dann ist ja Magnus vorne weggeschwommen. Und ja, wir waren eine kleinere Gruppe hinten dran. Da habe ich mich dann eher hinten reingesetzt, weil ich um meine Radstecke weiß. Und dann muss ich ja jetzt dann nicht schon beim Schwimmen da irgendjemandem was beweisen. Und ja, da sind wir da mit einer knappen Minute, glaube ich, Rückstand rausgekommen aus dem Wasser. War das so zu erwarten, ja? Ja, wenn Magnus vorne gut schwimmt, dann gibt er uns schon was. Dann ist kein Kraut gewachsen so dagegen, ja. Wenn er mal weg ist, dann ist er weg, ja. Okay, und wie warst du im Wasser? Du sitzt jetzt hier, bist putzmunter, also Wasserqualität im Neckar. Was kannst du da so zu sagen? Ja, ich habe jetzt keine Probleme bekommen. Und weißt auch von keinem? Nee, der, nee, also... Sag es ehrlich, komm. Ich war nicht mit mega vielen Leuten in Kontakt, also kann gut sein, dass da irgendwas passiert ist, aber mir nicht. Okay, ja, weil jetzt aktuell bei den Olympischen Spielen, das ist ja ein großes Thema mit der Wasserqualität in der Seine. Du grinst schon. Ja, was sind so deine Gedanken dazu? Ja, also ich wäre auch reingesprungen, wenn ich da an der Startlinie oder wenn ich starten hätte dürfen. Also ich glaube, jeder, der sagt, er würde nicht starten, lügt. Oder ich denke mal, jeder wird seinen Start in Anspruch nehmen, auch wenn die dreckig ist. Ja, das ist nämlich auch genau der Punkt, den ich häufig gehört habe in dem Zusammenhang. Ja, hey, das ist Olympia und alle Athleten, die daraufhin trainieren, gerade im Triathlon, wenn man halt, so ehrlich muss man sein, nicht so häufig im großen Fokus steht, dann trainiert man genau auf diesen Punkt hin. Und ja, Wasserqualität hin oder her, Risiko, Abwägung, jeder würde es machen. Ich glaube schon, also selbst wenn man da auf Insta schreibt hier, ich würde da nicht reinspringen, also ich glaube, jeder in der Situation wird dann da doch reinspringen, ja. Weil Olympia einfach das große Ding ist, oder? Ja, klar, ja. Also ich würde auch hier beim Heilenberg mal reinspringen. Hast du ja gemacht. Ja. So ist es nicht. Und ey, also bisher hat man jetzt dann noch keine schlechten Nachrichten gehört. Okay, dann bist du aus dem Wasser gekommen, im Neckar, raus aufs Rad und dann ging es erstmal stramm los, ne? Rad, ja, deine Paradedisziplin. Ja, wenn es berghoch geht schon, auf jeden Fall, kann man es so nennen. Und dann, ja, ich hatte nicht ganz so einen guten Wechsel, da hat uns Gregor schon ein bisschen was gegeben. Dann war ich erstmal dran am Johannes Hobbsweg, an ihm. Ganz kurz, du hattest nicht so einen guten Wechsel, heißt? Also worauf ist da so zu achten beim Wechsel? Ja, so schnell den Neo aus, dann, da habe ich öfter Probleme. Trainiert man sowas auch? Ja, eigentlich schon. Also in früheren Jahren habe ich es oft gemacht, jetzt eher nicht mehr so, weil es einfach schon gut drin ist. Ja, aber früher hat man sich dann hingestellt und geübt, den Wechsel geübt. Ja, ja, klar. Zehnmal hintereinander. Sowas, ja. Also da sind wir auf die Laufbahn, dann haben wir da unseren Wechselplatz eingerichtet und haben da Wechsel simuliert. Das gibt es doch nicht. Manchmal noch die Wüste nass gemacht und… Das gibt es doch nicht. Was denkt man dabei? Ja, gehört dazu, ja. Gehört dazu, also da kann man schon viel Zeit liegen lassen und also zur Not dann nochmal eine Radgruppe bekommen oder halt eben nicht. Ja, verrückt. Okay. Okay, der Wechsel lief nicht so gut, sagst du, ja? Gregor Payet hat seinen Neoprenanzug schneller ausgekriegt sozusagen. Ja, der ist ja auch ganz, also im Weltcup-Zirkus dabei, ich glaube, da zählen die ganz schnellen Wechsel nochmal mehr. Ja. Und dann bist du aufs Rad, ja? Und dann hast du erstmal losgelegt. Also bis zur Bergbahn dann bin ich noch hinter dem Jakob geblieben, also meinem Bruder. Und dann am Klingenteich, kurz vorm Klingenteich Torwart bin ich vorbei und dann habe ich auf Gregor aufgeschlossen bis zum Johannes-Hops-Weg. Und dann auch direkt eigentlich an ihm vorbei und dann am Nikolaus-Weg schon das erste Mal attackiert, um halt einfach ein bisschen zu testen, was für gute Beine wir haben, also Gregor und ich. Und ja, dann habe ich gemerkt, dass ich schon ein bisschen weggekommen bin und dann habe ich in der zweiten Runde dann berghoch halt nochmal mehr gedrückt. Und da ist es dann passiert, ne? Ja. Klingenteichstraße, zweite Kerle. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Du hattest ja dann kurz auch danach überlegt, Protest einzulegen. Hast du dann nicht gemacht. Wieso nicht? Ja, also ich war dann schon mit der Chefkampfrichterin in Kontakt. Also ihr hat es auch mega leid getan, aber sie meinte halt auch, ja, eine Tatsachenentscheidung kann man da eigentlich nichts dagegen tun. Deswegen hast du dann gelassen? Nee, das kostet ja auch 50 Euro. Ach so, echt? Ja, ja. Also wenn es dann, wenn der Protest dann... Wenn man ihn offiziell einreicht, sozusagen. Ja, es kostet 50 Euro und wenn der dann... Wenn er berechtigt ist, sozusagen. Wenn er berechtigt ist, dann kriegt man die 50 Euro wieder zurück, glaube ich. Ah, verstehe, verstehe. Da kriegt man seine Challenge sozusagen wieder. Die Challenge kostet halt, ja. Okay, gut. Und dann war das Rennen sozusagen gelaufen und du hast schon gesagt, okay, dieses mentale Ding ist natürlich brutal. Du weißt, du kannst nicht mehr offiziell gewinnen, aber wolltest auf jeden Fall noch durchziehen. Ja. Ja, also ich hatte jetzt dieses Jahr noch nicht so viele Wettkämpfe, weil ich ja im Januar im Rad gestürzt bin. Ja, wie kam es dazu eigentlich? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also da ist die Erinnerung ein bisschen weggeblieben. Oh, das war quasi ein Trainingsunfall dann? Ja, es war nach dem Schwimmen, also mit dem normalen Rad. Okay. Und... Ah, gar nicht mit dem Rennrad? Nee, nee, es war mit dem normalen City-Rad und da bin ich dann einfach, ja, im Krankenhaus wieder aufgewacht. Oh je, oh je. Und hat das jetzt, sage ich mal, im Nachhinein was mit dir gemacht, dass du da jetzt irgendwie anders rangehst? Oder gerade weil es jetzt mit dem City-Bike war, hat das jetzt keine Auswirkungen darauf? Nee, das war eigentlich ganz normal. Also ich hatte einen Helm auf und den lasse ich jetzt auch immer auf, aber das habe ich schon davor gemacht. Und was denkst du über Leute, die ohne Helm fahren? Ja, kann man schon mal überlegen, ob man nochmal einen anzieht. Also ich glaube, bei mir ohne Helm wäre das schon nochmal schlimmer gewesen. Also gerade, weil ich jetzt null Erinnerung mehr dran habe. Also, ja. Oh je, und trägst du jetzt noch irgendwelche körperlichen Beschwerden davon oder bist du wieder voll bei 100 Prozent? Na, also ich habe mein Schulterdach gebrochen, also nicht das Schlüsselbein. Und ab und zu spüre ich es noch, dass da einfach halt ein bisschen wenig Belastung drauf war. Jetzt dann im Januar, Februar, März. Okay. Aber sonst, alles gut. Nichts, was dich quasi im Alltag auch irgendwie einschränken würde? Nee, gar nicht. Okay. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Alles Gesundheitliche, ja. Triathlon. Ja, es kann immer irgendwas passieren. Da sind wir froh, dass es erstmal dir gut geht. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Es war dann quasi auf dem Rad. Du musstest dann noch laufen mit dieser mentalen Blockade. Okay, ich kann nicht mehr gewinnen. Sag es ehrlich, wie oft hast du dann daran gedacht beim Laufen? Permanent, oder? Ja, eigentlich schon, aber so teilweise mehr und weniger. Also dann am Anfang, wo die Zuschauer sind, da genießt man es einfach. Und dann, wenn man dann den Philosophenweg hoch ist. Die Zuschauer, die denken ja auch alle, du bist ja Führer. Ja, ja. Das ist ja das Kurium. Ja, also ich hab dann auch schon gesagt, okay, ich bin ja gar nicht vorne. Ja. Aber nee, und dann oben, dann war kurz schon so ein kleines, hatte ich schon ein kleines Tief, muss ich ehrlich sagen. So nach zwei Kilometern, wo ich dann einfach so gelaufen bin. Und ich so, ja okay, hat das jetzt überhaupt noch Sinn, da weiterzumachen? Aber dann hab ich gesagt, nee, also ich hab jetzt, das ist mein, war geil, also fünfter Wettkampf dieses Jahr. Ja. Und da hab ich gedacht, ja, muss ich jetzt schon auch mal zu Ende machen, weil einfach um zu schauen, wo ich stehe im Moment. Ja, das lief ja ganz gut, ne? Ja, ja, bin ich ganz zufrieden mit, ja. Und hast du dann auch wirklich nie gedacht, okay, ich hör jetzt auf? Vielleicht mal zwei, drei Sekunden, aber das war auch das einzige Mal. Also da, wo ich halt dieses Tief hatte, also nach zwei Kilometern, wo man da halt dann auch alleine läuft, wo gar kein Zuschauer mehr ist oder nur ganz bei einzelnen Leuten kommen. Ja, und dann warst du irgendwann im Ziel, das haben wir ja schon besprochen. Und bist dann aber direkt, wie gesagt, so auf die Seite, damit auch man weiß, okay, du hast nicht so richtig gewonnen, ja. Dann kam Gregor ja irgendwann ins Ziel. Das hast du ja auch so ein bisschen nur mitgekriegt, weil du auf dem Boden lagst oder saßt. Danach habt ihr wahrscheinlich nochmal direkt gesprochen. Was war dann so eure erste Konversation? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, ich lag da ja dann, dann kam er ja ins Ziel. Ja, ich habe mich schon auch gefreut für ihn, weil es ja auch einer seiner ersten Wettkämpfe ohne Windschattenfahren war. Und man muss auch dazu sagen, Gregor trainiert auch hier in Heidelberg, also ihr kennt euch auch. Ja, klar, also wir kennen uns mega gut, also schon auch mega lang. Also mein Bruder war auch mit ihm in Saarbrücken auf dem Schützpunkt. Genau, der Jakob, der ja auch sein Rennrad dann häufiger mal benutzt. Ja, ja, der Jakob leitet ja immer sein Zeitfahrrad aus für seine Wettkämpfe hier. Genau, und dann ist der Gregor zu dir gekommen im Ziel? Ja, ihm hat es auch mega leid getan. Der hat es ja auch gar nicht gewusst und dann, ja, er ist dann mitbekommen im Interview. Ja, und dann hat er gesagt, David, du bist der eigentliche Sieger. Ja, 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 er hat mir auch mega nette Worte auf Insta geschrieben, ja. Okay, oh je, oh je, was ein Tag. Ach, und dann bist du erst mal noch da geblieben, mir wurde ja zugetragen, dass du sogar noch den Start- und Zielbereich mit abgebaut hättest, stimmt das? Ja, also dann, ja, ich habe dann auch ein paar die ganzen Wegweiser eingesammelt. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, also ich mache es ja gern, also man kann ja was zurückgeben, also es war ja so eine Mega-Veranstaltung und hat es so Bock gemacht, trotzdem. Und, ja, da kann man ja auch allen, der Orga und allen Helfern, ja, was zurückgeben. Das ist doch schön. Und irgendwann warst du dann zu Hause, nehme ich an, oder ja, auf jeden Fall irgendwann im Bettchen gelegen und hast dir nochmal gedacht, ach, was war das für ein Tag? Ja, also ich war eigentlich mehr froh, würde ich ehrlich sagen. Also so, weil einfach es so mega gut lief, also. Wirklich, ja, ja. Ja, also klar, es ist ärgerlich, aber ich konnte es ja auch nicht mehr ändern. Und hast du rein sportlich gedacht, dass du so die anderen so dominierst? Ja, du sagst, aber es war schon so über eine Minute, oder? Ja, also ich wusste halt, dass ich halt schon gut Berg fahre, ja. Also gerade auch die letzten Trainingswerte waren mega gut und ich hatte jetzt auch noch nicht so mega viele Wettkämpfe in den Knochen und, ja. Ja, weil du einfach auch Bergfahrexperte bist, kann man ja sagen, weil du ja auch sehr leicht bist. Ja, genau. Also mein Gewicht ist auch gerade, ja. Ja, wie viel? Kann ich das so öffentlich sagen? Wieso solltest du das nicht? Ist das geheim, oder was? Nee, nee, also ich bin im Moment so 58 Kilo. Ah ja, das ist doch, das ist doch nicht schlimm. Ja, aber ich will auch nicht weiter runter, also das wäre ja dann auch ungesund. Und nicht weiter hoch? Das auch nicht, also ich fühle mich gerade gut und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Ist es dann quasi schon so, dass man einfach, wenn man leichter ist, einen großen Vorteil hat, wenn es hoch geht, ne? Ja, klar, ja. Extrem Vorteil, ja? Ja. Okay, gut. Dann warst du sozusagen die Tage danach, alle haben dich wahrscheinlich noch darauf angesprochen oder so. Wie ist das für dich? Also warst du dann, hast du dir das noch lange durch den Kopf gehen lassen? Hast du einfach damit abgeschlossen oder einfach der Fokus auf den nächsten Wettkampf direkt? Nee, also, ja, also ich habe, glaube ich, mehr Nachrichten gekriegt, als wenn ich nur gewonnen hätte. Ja, oder als wenn ich nur gewonnen hätte, ja. Also mit der Disqualifikation habe ich mehr Nachrichten gekriegt, glaube ich. Ja, hast du dir dann auch nochmal so überlegt, was man quasi da hätte besser machen können? Klar, du hättest nicht rechts überholt, aber generell so, gibt es da eine generelle Lösung, wie man sowas umgehen kann, dass es eben gar nicht zu solchen Situationen kommt? Ich meine, vielleicht mehr kommunizieren, dass man halt dann auch, ja, alle halt dann rechts fahren wirklich und dann halt auch nur überholt, wenn man wirklich dann auch überholen kann und, ja. Du hättest ja auch permanent einfach immer links fahren können. Ja, da sind ja schon viele dann, ja. Das ist jetzt nur so ein Laienvorschlag, oder? Ja, klar, aber also in dem Moment war das ja auch nicht möglich, also da waren, ja, dann, ja. Waren zu viele Leute halt, ne, logischerweise. Ja, jetzt habe ich dann mit deinem Bundesliga-Teamleiter Oli Krim ja häufiger mal Kontakt und dann war natürlich auch Thema, dass du hier zu mir in den Podcast kommst und dann hat er mir gesagt, ja gut, haben wir natürlich nochmal über den Heidelberg-Man gesprochen und hat er gesagt, gut, der David, der hat auch eine Entwicklung genommen, weil wenn sowas wie beim Heidelberg-Man jetzt vor einigen Jahren passiert wäre, dann wäre der total ausgeflippt. Dann hätte man mit dem nach dem Rennen überhaupt nicht mehr sprechen können. Der hätte sich so aufgeregt und den hätte man nicht ansprechen können. Ja, ich glaube, da hat er nicht ganz Unrecht, ja. Wieso? Warst du früher immer so ein Rumpelstilzchen, oder? Schon, ja. Also ich war schon, ja, war schnell auf 180, ja. Ja, wieso? Einfach so ganz naturell? Ja, kann man auch schon sagen, ja. Und wie muss man sich das dann vorstellen? Was hast du dann so gemacht? Bist du dann erstmal rumgerannt, oder was? Ja, ich wurde laut oder, ja, ich bin erstmal irgendwie weggelaufen oder irgendwie sowas, ja. Einfach mal aus der Situation quasi entflohen? Ja. Und das ist aber nicht mehr so, ja? Nee. Also, ich kann es ganz gut unterdrücken, also manchmal ist es schon auch da, aber... Man wird reifer. Ja. Man wird älter, ja. Und siehst du das bei den jungen Leuten dann noch, dass die sowas nicht unter Kontrolle haben und denkst dir, so war ich vielleicht früher auch, oder was? Ja, ich war schon sehr extrem, ja. Das muss so ehrlich sein, also, klar. Ja, ist ja auch nichts Schlimmes, wenn man die Emotionen zeigt. Ja. Und volle Kanne mit reingeht. Und, ja, gut, das war der Heidelberg-Mans 2024. Ja. War trotzdem schön, ja. Mega geil. Also, die Stimmung war auch mega gut. Ja, ist das was, was man auch so richtig mitkriegt als Athlet, oder bist du dann... Nee, also... Bist du so voll in deinem Tunnel und kriegst es gar nicht mit? Doch, also, ich kriege das schon alles mit. Das ist mega gut. Und wenn dann irgendwelche Freunde an der Seitenlinie stehen, kriegt man das auch mit? Oder das dann... Ja, wenn die ganz in der großen Menge sind, dann nicht. Aber sonst, auf jeden Fall, da freut man sich auch immer mega, wenn man dann jemanden sieht, den man vielleicht jetzt schon länger nicht mehr gesehen hat. Bleibt mal kurz mal stehen für den Klausch. Das nicht, aber, ja. Ja, man kann ja irgendwie ein Plakat halten oder so. Oder ist es wahrscheinlich auch schon wieder zu gefährlich, ne? Ja, reinhalten sollte man es nicht. Sonst passiert das, was in der Türofrau immer passiert, aber... Ja, da gibt es ja schon den ein oder anderen Prozess im Nachhinein, mit diesen Leuten, die die Schilder basteln. Aber auch da ist halt der Spalt zwischen Sachen, die die Leute sehen wollen, ja, viel Spektakel und halt dieses Gefährliche ist halt immer klein. Niemand sagt ja was, wenn man ein Plakat bastelt. Aber wenn man es halt dann, wenn man es bei sich behält oder halt nur kurz hochhält, dann ist ja alles gut. Ja, definitiv. Jetzt waren beim Heidelberg-Man ja zwei deiner Brüder auch dabei. Der Jakob, den haben wir schon angesprochen. Und der Jonas. Der Simon war, so wurde mir auch gesagt, auf einer Hochzeit in Italien. Sehen wir denn irgendwann noch ein Rennen, wo alle vier Breinlingers gleichzeitig starten? Ja, ich hoffe doch. Das hatten wir noch nie. Ich glaube, wir sind bisher immer nur maximal zu dritt gestartet. Das Größte wäre natürlich, wenn der Jonas mal nach Heidelberg kommt, ins Team. Dann in der Liga. Habe ich ihn schon mal angestupst, aber er hat noch nicht ganz zugesagt. Ja, du bist eingeladen, hier offiziell zu verkünden, dass es so ist. Ja, Jonas, komm mal bitte. Nächste Woche, Bavüliger, Erbach, Teamsprint. So, ja. Wie ist da so die Lage? Ist das realistisch oder gar nicht? Da müsste ich ihn reinschauen. Also, so oft sehe ich ihn jetzt auch nicht. Aber ich glaube, Jonas, du willst auch, ich weiß es. Ja. Okay, also, ihr seid ja eine waschechte Triathlon-Familie. Also, wenn man an Triathlon und Heidelberg denkt, dann denkt man halt an die Breinlingers. Es ist einfach so. Erzähl doch mal, wie war das so ganz früher als Kind? Und wie bist du denn zum Triathlon gekommen? Also, ja, ich war ja immer schwimmen oder schon als ganz kleines Kind. Ich glaube, mit vier oder so bin ich in den Verein. Seepferdchen direkt gemacht? Ja. Ja, und dann wurde halt so Lauftraining angeboten. Da haben wir dann auch immer mitgemacht. Und ab und zu dann halt mal in Triathlon. Aber der Fokus lag schon noch auf dem Schwimmen. Okay. Und ja, dann sind wir da irgendwie reingewachsen. Und also, ja, wobei, also, der Wolfram Wott war ein jetziger Trainer in Freiburg. Der war früher Schwimmtrainer in Heidelberg von 2003 bis 2005. Und der ist dann nach Saarbrücken ans Internat. Und hat dann den Jonas, also meinen ältesten Bruder, dann gefragt, ob er dann, also 2009 war das, ob er dann Triathlon machen will an den Stützpunkt, als die Internat kommt. Und ja, da hat er dann zugesagt. Und dann sind wir dann halt auch dazu gekommen, so, dann wirklich das dann auch professioneller oder halt mehr den Fokus auf den Triathlon zu legen. Ja, und sag ich mal, davor hast du nie mal eine andere Sportart gemacht oder hat dich das mal gereizt? Doch, also ich habe nach Handball gespielt. Echt? Handball? Da bist du bei mir an der richtigen Adresse? Ja. Ja, wo hast du Handball gespielt? Bei der SGK. Ah, okay. Wo du? Ich habe in Edingen gespielt und dann in Flangenstadt noch. Okay, aber was hat dir beim Handball gefallen? Oder eben nicht? Hast du dann schnell aufgegeben? Ja, also, nee, wir waren dann auch immer noch Schwimmen. Also ich habe dann Schwimmen und Handball gespielt. Und ich weiß gar nicht, wie lang das war, aber vielleicht drei Jahre. Und alles war ja dann die Bambinis. Achso, das waren... Da rennen ja alle rum. Rennt ja jeder überall. Da gibt es noch keine Regeln. Genau. Da wird ja auch noch so ein Brett ans Torgenade, dass es kleiner ist. Genau, ja, sonst würden wir immer nur oben hinwerfen. Aber gut, die Bambini-Spielfeste, die ich da kenne, da rennen die Leute auch mit dem Ball ins Tor, ne? Ja, ja, aber es ist schon... Also man hat schon auch immer mega Bock gemacht. Also es war schon cool. Ja. All da dann immer da halt so Minispielfesten und ein paar Spiele zu machen, ja. Gibt es sowas im Triathlon dann auch? Nee, oder? Nee, ja, nicht so. Auch im Schwimmen generell? Gibt es da schon so Wettkämpfe? Ja, das schon, ja, auch von klein auf. Ja, okay. Und Handball verfolgst du noch arg auch oder gar nicht mehr? Doch, eigentlich schon. Also Rhein-Neckar-Löwen verfolge ich so ein bisschen. Und sonst, ja, jetzt dann... Bei einem Olympischen Spiel. Gestern das Spiel, ja, war schön. Habe ich leider nicht geguckt, weil ich lernen musste, aber ich habe es mir dann jetzt im Nachhinein angeschaut. Ja, also was du meinst, das olympische, was war es jetzt, Viertelfinale? Gegen Frankreich, ja. Deutschland-Frankreich, ja, also sowas habe ich auch lange nicht gesehen. Ja, ich habe es leider nicht live mitbekommen. Das ist ja auch Klott da nochmal cooler gewesen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also unfassbar, was da passiert ist. Und auch gerade zum Anschauen ist Handball eben eine sehr schöne Sportart immer. Ja, also man kann sich auch nie als Mannschaft sicher sein. Selbst wenn du mal mit fünf Zorn führst, geht es ganz schnell wieder zurück. Definitiv. Triathlon zum Angucken, wie ist das so? Ja, das macht auch Bock. Also ja, klar, so Langdistanz ist dann schon mal auf dem Rad. Iron Man? Vielleicht ein bisschen langweilig. Ja, also so gerade die WTCS oder ja, Bundesliga, jetzt könnt ihr auch, gibt es auch immer einen Livestream. Genau. Ja, das macht schon Spaß auch zuzugucken, weil es halt da auch schnell ist und es geht halt eine Stunde bis zwei Stunden. Ja. Das geht dann schon, ja. Das ist schon eine gute Überleitung für unser nächstes Thema, nämlich die Triathlon-Bundesliga, weil der bist ja auch schon eine Weile am Start beim SV Nika Heidelberg. Seit diesem Jahr ja auch wieder Bundesliga, seid ja aufgestiegen. Letztes Jahr war er ja noch zweite Liga. Seit wann bist du jetzt dann da am Start? Du hast alle Aufstiege mitgemacht, ne? Ich glaube ins Liga-Thema. Nämlich 2016, da waren wir noch in der Bar-Wü-Liga, dann sind wir aufgestiegen, dann 2017 sind wir in der zweiten Liga gestartet, da dann auch direkt in die Bundesliga aufgestiegen. Wie war das so, Bundesliga-Aufstieg? Ja, das war mega. Das war schon schön, ja. Große Fete gewesen? Ja. Und dann waren wir die paar Jahre in der Bundesliga, als wir dann halt dann vor zwei Jahren wieder abgestiegen sind. Ja. Aber den direkten Wiederaufstieg, dann war wieder alles gut. Ja, ja, halt, halt, halt. Aber der Abstieg, was war da los? Ja, es war, wir hatten auch Verletzungspech und, ja, war halt auch ein bisschen doof alles, ja. Die Stimmung war ein bisschen. Dann haben wir einmal nicht so ein gutes Rennen geliefert und dann, ja. Ja, das ist doch auch. Es hat ganz gut angefangen mit dem neunten Platz in Greichgau, aber dann war, ja, nicht mehr so. Konnten wir es leider nicht halten. Das ist doch auch immer das Verrückte bei dieser Triathlon-Bundesliga, für alle, die sich nicht so richtig vorstellen können, so eine Saison besteht nur aus fünf, jetzt dieses Jahr sogar nur vier Rennen, ja. Das heißt, es ist, jedes Rennen ist ja quasi schon das Wichtigste, ja. Man hat ja gar keine Zeit. Wenn man ein Rennen versemmelt, dann ist man schon unten mit drin irgendwie, ja. Und jetzt seid ihr, glaube ich, klar, wieder in der ersten Liga mit dabei, aber ihr habt euch ja jetzt auch schon so langfristig das Ziel gesetzt, okay, wir wollen uns da etablieren, wir wollen langfristig wieder erste Liga sein, ne. Wie ist es so, da Bundesliga zu starten? Ja, also macht schon Spaß, also das erste Rennen haben wir jetzt leider, ja, nicht in den Sand gesetzt, aber lief nicht ganz so gut für uns. Da waren wir ja 14. Und dann jetzt 10. in Tübingen. Genau. Ja, also es ist schon immer mega die Stimmung und sehr gute Athleten und macht schon Spaß, da auch immer zu… Zu performen, ja, definitiv. Ja, also gerade ganz kurzen Sachen sind nicht mehr so krass was für mich, also die 5 Kilometer sind mir dann doch ein bisschen zu kurz. Wieso? Ja, ich orientiere mich ja schon eher so ein bisschen an die längeren Sachen, also so an die Mitteldistanz. Und dann legst du gerade erst los, wenn die 5 Kilometer schon rum sind sozusagen, ja. Ja. Okay, jetzt, sag ich mal, habt ihr am Wochenende, das ist jetzt ein bisschen tricky, weil diese Folge, die ihr jetzt alle hier hört, erscheint erst am Montag und deswegen ist das Bundesliga-Rennen in Dresden an diesem Wochenende, also sozusagen am vergangenen, schon absolviert, ja. Jetzt, David, jetzt kannst du ja mal schon sagen, wie lief es denn in Dresden? Was denkst du? Ja, lief mega gut und wir haben eine Top 8 geschafft und sollten jetzt nichts mehr mit dem Anstieg zu tun haben und ja, jetzt Fokus aufs letzte Bundesliga-Rennen, wo dann auch DM ist und ja, da war mega schön und die Stimmung war gut. Und du persönlich auch eine super Platzierung, oder? Ja, ich hab's, ja, hab mein zweitbestes Bundesliga-Ergebnis geschafft. Sehr gut, also das höre ich mir am Montag selbst nochmal an, wenn ich dann weiß, wie das Ganze lief, aber okay, sowas wollen wir hier natürlich hören. Es so, Nika, Heidelberg generell, du bist schon ewig dabei, ja. Was ist das für ein Klub, was macht diesen Klub irgendwie auch besonders, gerade wenn du auch die ganzen anderen Bundesligisten kennst? Also ja, wir sind halt schon ein junges Team und auch, wir verstehen uns alle mega gut und ja, machen auch jetzt in Freiburg jetzt nicht privat was zusammen, aber keine Ahnung, also wir, ja, ist alles mega gut mit uns und klar, wenn ich dann halt von anderen Bundesligateams höre, wenn dann halt die Leute eingeflogen werden, dann da starten, wieder zurück, ohne dass da halt jetzt dann so eine wirkliche Chemie dann zwischen den Leuten ist. Ich glaube, bei uns hilft man dann doch mal nochmal lieber dem anderen und das macht's glaube ich aus. Also jetzt nicht das einzige Team, das so aufgebaut ist, aber ja, eine von denen. Das Kuriose ist doch auch quasi bei der Triathlon-Bundesliga, dass ihr eigentlich alles sozusagen Einzelkämpfer seid, aber es ein Teamwettkampf ist, ja. So, das heißt, die Aufstellung ist ja auch gefühlt eigentlich immer eine andere oder du bist einer der wenigen, die eigentlich häufiger mit dabei sind beim S4Nika und ja, jeder kämpft eigentlich für sich, aber ihr müsst trotzdem irgendwie zusammenarbeiten, oder? Ja, also klar, jeder gibt sein Bestes, aber wenn man dann halt sieht, ja, wie die Radgruppen verteilt sind, wenn dann genug Leute vorne sind, dass dann halt hinten die Leute dann eher mal nichts machen oder halt nicht mitarbeiten, dass die Radgruppen nicht zusammenkommen, dass sie vorne wegkommen und ja, dann schaut man schon aufeinander, wo der andere steht und ob man jetzt dann zusammenarbeitet oder halt nicht, ja. Aber ihr seid schon, also Triathleten sind doch schon eigentlich eher so Eigenbrötler, oder? So Einzelkämpfer. Ja, aber so ganz krass, wie es immer dargestellt wird, glaube ich nicht. Also so auf der langen Distanz, mittel Distanz, ja, aber so sonst schon. Die Kurzstrecken schon eher so jeder für jeden. Ja. Jetzt habt ihr quasi dann die Triathlon-Bundesliga bald rum, du hast aber auch noch ein Leben abseits vom Triathlon, ja. Auch wenn der Triathlon deinen, ja, einen großen Teil von deinem Tagesablauf wahrscheinlich mit einnimmt. Nimm uns doch mal mit. Du bist am Stützpunkt in Freiburg, du bist gar nicht hier in Heidelberg. Wie sieht so dein klassischer Tag aus? Ja, also so, ja, morgens aufstehen relativ früh. Das ist schon morgens, ja, was heißt relativ früh? Ja, normalerweise haben wir um Viertel nach sechs Schwimmtraining. Okay. Und ja, da muss ich dann schon um 20 nach 5 aufstehen und dann wird noch ein kurzer Espresso gezogen und dann fahre ich schnell ins Bad. Aha. Dann schwimmen, dann wieder hoch oder direkt in die Uni. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, warum bist du jetzt am Stützpunkt in Freiburg, obwohl du für den SV Nika Heidelberg startest? Das ist ja für die Außenstehenden immer so, beißt sich so ein bisschen. Ja, also ich bin ja noch hier im Verein und bin ja hier groß geworden und ich würde sagen, Heidelberg ist auch noch meine Heimat. Ja, also der Wolfram eben, der früher mein Schwimmtrainer war oder nicht wirklich mein Schwimmtrainer, aber er war ja hier. Der ist ja nach Freiburg gekommen, 2016 und dann hat er mich 2018, wie mein Puder, damals 2009, gefragt, ob ich halt nach Freiburg kommen will, zur Trainingsgruppe dazu und die ist eine ganz gute Trainingsgruppe, sind mega viele schnelle Leute und ich glaube, da kann man ganz gut trainieren. Ist das wichtig, wer so in seiner Trainingsgruppe ist? Ja, ich glaube schon. Also gerade beim Schwimmen, ja, also das ist dann, so alleine schwimmen macht schon nicht so viel Spaß. Ja, gut. Und Laufen auch, also wenn man die Tempoläufe dann macht. Ich glaube, wenn man eine gute Gruppe hat, läuft dann auch immer alles besser. Und dann bist du morgens um sechs zum ersten Mal im Schwimmbad, ne? Ja, und dann wird es sich kurz aufgewärmt oder halt weniger. Okay. Manche, ja. Und dann springst du ins Wasser? Ja, geht so bis Viertel vor acht. Viertel vor acht, okay, lass mich kurz überlegen. Dreiviertel, acht. Anderthalb Stunden. Danke. Anderthalb Stunden bist du dann im Wasser, durchgängig. Ja. Da wird nicht mal eine Pause gemacht. Ja, doch schon. Man schwimmt ja dann schon mit Programm. Ja. Und was, ist das dann so Business as usual oder machst du dir so Gedanken beim Schwimmen über den Tag oder an was denkst du da oder denkst du an gar nichts? Doch. Auch. Also schon manchmal kommt man dann, ja, manchmal überlegt man, was man dann jetzt den restlichen Tag macht, wie man dann sein Training gestaltet. Ja. Und auch mit der Uni, ja, dann, ja, danach gehe ich ja erstmal in die Uni. Ja. Oder meistens. In Freiburg auch. Ja. Und ja, dann zurück, kurzes Essen, dann meistens laufen. Halt, 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 halt. Was studierst du? Ja, Physik und Chemie. Physik und Chemie, wie der Jakob doch auch, ne? Der macht nur Physik, ja. Äh, Chemie. Der macht nur Chemie. Nur Chemie, ja. Genau, okay. Du studierst ja in Physik und Chemie, ja, weil eins nicht reicht, sozusagen. Ja, oder weil beides ja nur halb ist. Ach so, ja, so kann man es auch ausdrücken. Aber mir wurde ja auch gesagt, du bist Herr der Zahlen, so, ne? Also du trackst alles ganz genau und die Zeiten weißt du immer und wie viel Watt du verbrauchst und was weiß ich, da macht dir keiner was vor. Also, ja, ich kann mir ganz gut Zahlen merken, ja. Ja? Ja. Was war deine Schlusszeit beim Heidelberg-Man? 1,54, 36? 1,54, 53. Ah, okay. Aber fast. Ja, die Sekunden habe ich mir nicht angeschaut. Ja. Es sind auch geraten, die 36. Macht nix, macht nix. Und dann bist du in der Uni jeden Tag oder fast jeden Tag. Wie lange geht das so? Wie weit bist du? Ja, kommt drauf an dann, wenn man, also wie, was, also die Vorlesung besuche ich meistens nicht. Die mache ich meistens aus dem Skript raus. Aus dem Schwimmbad raus. Ja. Ne, aber die Tutorien, die sollte man ja schon besuchen und sind ja meistens, manchmal auch verpflichtend. Wie weit bist du dann mit deinem Studium? Ja. Ja? Erster Semester? Nein, nein, schon ein bisschen weiter, ja. Ja, also schon mehr als die Hälfte, ja. Aber du hast dir kein Ziel gesetzt, wann du fertig sein willst, so rumgefragt? Ja, zwei Jahre wäre schon schön, ja. Also in zwei Jahren, ja. Und dann bist du irgendwann Physiker? Mhm. Chemie-Laborant? Na, ja, ich will eher in Richtung Physik gehen, ja. Okay. Aber was genau, weißt du noch nicht? Nee. Also ich, nee. Vielleicht kann man ja auch Triathlon mit Physik irgendwie verbinden. Ja, vielleicht, Fahrrad, da gibt es ja immer was zu tun. Aha, stimmt, stimmt, da wird die Stimme schon leiser, ja. Okay, ich verstehe. Und dann gehst du irgendwann heim oder steht da noch was an, nachmittags? Ja, mittags dann halt Lauftraining und dann noch Radfahren. Lauftraining auch mit der Gruppe? Ja, also je nachdem, also Dienstag und Samstag ist dann Tempolauftraining oder was Schnelleres. Mhm. Rad machen wir eigentlich immer alleine oder halt, man trifft sich dann untereinander. Also er ist jetzt kein Training, aber, also wir kriegen dann immer einen Plan auf eine App geschrieben und. Da ist jeder für sich selbst verantwortlich sozusagen. Ja. Aber man muss schon was vorweisen. Ja, also es ist dann auch direkt mit dem Garmin verbunden und dann sieht der Trainer schon, was man gemacht hat oder was nicht. Kann man das nicht irgendwie faken? Ja, ich glaube, also ihm ist es auch egal. Er sagt immer, wir trainieren für uns, nicht für ihn. Also ist ja auch so. Und dann geht es ins Bett abends? Ja, relativ früh meistens. Also Schlaf ist ja heilig, ja. Ja, also ich versuche dann schon immer mindestens acht Stunden zu schlafen. Also eher, wenn es geht, neun bis neuneinhalb. Und das klappt? Ja, wenn ich morgens kein Frühtrinken habe schon. Also ich stehe dann trotzdem meistens früh auf, um halt im Rhythmus zu bleiben. Gibt es mal einen Tag, wo du nichts machst? Selten, ja. Wo du mal im Urlaub bist? Ja. Wo du mal, wie der Kollege Beck, dir hier den Kai Pirinja reinziehst. Gibt es so einen Tag mal? Ja, also am Ende der Saison, so im Oktober, Ende September. Da habe ich dann zwei Wochen frei. Nee, also sollte ich mich schon ein bisschen bewegen, aber jetzt auch kann ich auch alternativ Tiefsportarten betreiben. Handball? Ja, sowas. Meistens eher Tischtennis. Also Handball ist ja schon ein bisschen aufwendiger. Ja. Kann man ja jetzt nicht einfach so im Garten machen, ne? Braucht man schon ein paar mehr Leute, ne? Aber ja, oh Mann. Und in der Saison nix? Selten, ja. Ganz selten. Mal zum Abendessen einen Aperol Spritz? Nee, eher nicht so. Auch nicht, ja? Also was Ernährung angeht, bist du auch komplett strikt, ja? Schon, ja. Also ich esse schon auch Süßigkeiten, ja. Ja, was ist deine Lieblingssüßigkeit? Ja, schon eher Schokolade, ja. Was isst David Preinlinger, wenn er sich mal belohnt? Für was? Eher Schokolade. Dunkle Schokolade ist schon am besten, ja. Zartbitter? Sowas, ja. 80 Prozent? Mindestens, ja. Oh, mindestens, echt? Ja. Okay. Ja, gut. Ja, Jakob ist ja eher so der Gummibärchen-Typ. Er hatte ja auch Geburtstag, ja, am 22.07. Und dann hat er sich mal einen Haribo gegönnt, oder was? Ja, ich glaube, nee, da hat er ein paar Kilos. Haribo zum Geburtstag geschenkt bekommen, ja. Die reichen dann für das restliche Leben. Ja, Rest der Saison wahrscheinlich nur, ja. Heidelberg-Man 2025, ist David Preinlinger dort am Start? Ja, es sollte nur eine Verletzung dagegen sprechen. Okay. Und die Veranstalter haben ja auch schon nicht offiziell das gesagt, aber zumindest angedeutet, dass jetzt nichts dagegen spricht, das nächstes Jahr wiederzumachen. Ja, was wirst du dann an der besagten Stelle denken, wenn du wieder an dieser Kurve vorbeifährst? David, ich hoffe, da komme ich dann gut durch, ja. Also, du hast ja gesagt, Heidelberg-Man mal zu gewinnen in deiner Heimat, das ist so dein Traum schon gewesen, ne? Ja. Und der lebt auch weiterhin. Ja, klar. Also, schon damals vor 15 Jahren, da habe ich schon gedacht, wäre schon mal cool, hier zu gewinnen. Vielleicht ist das ja auch quasi eine Lehre fürs nächste Mal, dass du daraus lernst und vielleicht, ja, dann nur noch links vorbeifährst und dann 2025 strahlend im Ziel als Erster ankommst und dich auch feiern lassen darfst und alle wissen, okay, du hast wirklich gewonnen. Und wir würden es dir auf jeden Fall wünschen und, ja, ich sage danke, dass du da warst, auf jeden Fall. Ja, danke, dass ich da sein durfte, war mega, ja, war schön. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht und wir werden das natürlich weiter verfolgen. Ich bin sehr gespannt, ob das mit der Bundesliga-Prognose, die du da abgegeben hast, auch klappen wird. Ich glaube, warum nicht, ja. Genau, ich sage vielen Dank und dann hören wir uns demnächst bald wieder. Liebe Grüße und ciao, ciao. Das war Beck & Bauer, der RNC Sport Podcast.